Hier präsentieren wir die 5 besten 3D-Drucker-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Geethek 3D-Drucker Die Geethek 3D-Drucker Prusa i3 ProW beinhaltet alle ausgezeichneten Attribute der Geethek i3-Sammlung. Darunter eine hohe Druckgeschwindigkeit und Genauigkeit zusammen mit einer großen Menge. Im Vergleich zu seinen Vergleich-Versionen aus der Herstellersammlung, die gesamte Struktur des i3 ProW besteht aus hochwertigem Holz und auch so extrem leicht 7,56 Kilogramm im Gegensatz zu den anderen Modellen in diesem 3D-Drucker-Vergleich auf Stern.de. Die 6 mm dicken Holzpaneele garantieren auch gesteigerte Stabilität und größere Zuverlässigkeit. Nr. 4. Giant Arm 3 Drucker Migrator 2 Diskutieren großen Wert für Geld, hat der Giant Arm 3D Drucker Migrator 2, wie die GT-Version oben, eine beeindruckende Kosten-Nutzen-Verhältnis. Allerdings sind das Verfahren und die Struktur in irgendeiner Instanz weniger komplex, wodurch das Design zusätzlich sehr gut geeignet für persönliche Personen, die beabsichtigen, ein wenig viel weniger Zeit und Energie in den Drucker und deren Rahmenbedingungen. Mit dem Giant Arm E-Creator 2 nutzen Sie zusätzlich eine hervorragende Filament-Kompatibilität. Das heißt, ist das Gerät kompatibel mit vielen verschiedenen Filamente Plan, Bauchmuskel. Da kann man zusammen mit dieser kosten, die die Druckgeschwindigkeit eher langsam ist und auch die optimale Print-Dimension ziemlich winzig ist. Wenn Sie eine große Menge an Druck suchen, sollten Sie eine verschiedene Version auswählen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dremel DigiLab 3D Drucker 3D40 Die Dremel 3D Drucker 3D gibt es in ein modernes Graublau sowie kann ganz einfach in wenigen Schritten in Betrieb genommen werden. Recht hat er hier derzeit große Vorteile gegenüber den beiden Vorgängermodellen, die noch ein bisschen mehr Zeit erfordern und auch arbeiten, um zu konstruieren. Neben dem Drucker selbst beinhalte die Verbreitung zusätzlich eine weiße Fadenspule sowie ein USB-Kabel, ein USB-Stick und eine Stromleitung. So sind Sie entweder auf einem Laptop-Computer, der USB-Stick oder Wireless immer funktional. Nummer 2. Annycubic i3 Mega 3D Drucker Kit Zusätzlich kommt die nächste Version in der 3D Druckerkontrast auf Stern.de aus dem Geschäft Annycubic. Im Gegensatz zu seinem Vorläufer der i3 riesige 3D Drucker eingestellt ist sehr schnell platziert. Der Drucker zeigt sich in zwei große Bauteile, gebaut in nur wenigen Minuten mit nur acht Schrauben. Das Handbuch ist sehr einfach zu bedienen und sehr wichtige Fragen klärt, die wesentlichen Instrumente sind enthalten. Sie können drucken nach nur einem kurzen Aufbau zu beginnen. Sie können das Tool mit einem einfachen 3,5-Zoll-Touchscreen regulieren. Und die Nummer 1 unserer Liste, Annycubic Kossel Linear plus 3D Drucker Bausatz. Annycubic Kossel Linear und auch 3D Drucker Paket müssen zunächst als Bausatz aufgebaut, aber es wird gemacht, als ob sie effizient nur benötigen, um sieben private Elemente zusammengestellt. Alle Infos kann, werden zusätzlich für den Line leicht verständlich, im angeschlossenen Handbuch geklärt. Je nach eigener Erfahrung im Umgang mit 3D Druckern und nach den Richtlinien des Herstellers, dauert das gesamte Verfahren mindestens zwei, ein Optimum an vier Stunden. Der 3D Drucker hat Fahrzeugnivellierung, DH-integrierte sowie automatische Druckbett voran.